Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bastion, mein ist Tanadir, schönen Tag. So, in der letzten Episode haben wir hier die Forge gebaut, haben auch ein bisschen was abgeradet, haben wir das? Ja, für den Repeater glaube ich irgendwas, aber da wird jemand ja nicht im Moment benutzen. Ist das egal. So, hier haben wir wieder einen, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal das an. Gucken wir einfach mal, haben ja sonst nichts zu tun, außer hier ein bisschen rumzudütteln. So. Ah, okay. Okay, 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 okay. Das ist gemein, das ist gemein, das läuft da, das ist wunderbar. So. 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 Ah. Scheiße. okay okay 48 und wir haben jetzt 37 noch 11. Na gut, dann versuchen wir das Ding mal abzugraden Was haben wir hier? Wir hatten Reloadspeed. Damage... Weiter Attack Spread? Ne, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht damage. Vielleicht kriegen wir das jetzt sogar hin, dass wir die mit weniger Schüssen kaputt machen. Wir haben jetzt zwei Treffer gebraucht und beim nächsten Mal... Ah... Okay, okay, bisher läuft... So, das läuft bisher ganz gut. Nein, das läuft bisher ziemlich bescheiden. Oh Mann! Nicht wieder hier... Ach, fuck! Ja gut, das kriegt man diesmal nicht hin. Ach, Mann! Ja gut. Lassen wir das, lassen wir das, lassen wir das! Das... Das ist nicht meine Waffe. Schade! Schade! So was frustriert mich. Aber... Aber... Naja, kann nicht... allem gut sein. Wir gucken mal, ob wir... Okay, wir haben alles richtig eingestellt. Dann heißt das jetzt... Machen wir das mal! Das ist Windbag Ranch. Ein perfektes Ort, um eine Blade zu arbeiten, wenn du den Kopf für ihn hast. Schauen wir mal. Was ist das jetzt für die... Windbag Ranch war gebaut, um zu spüren und zu spüren. Es ist nichts mehr hilfreich. Aha. Die Kälterlaten kommen ja nicht wieder zu, wie hätte er es gemacht. So. 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 Bin ich immer gespannt. Ja... Ich glaube nicht, dass wir da sind. Irgendwas bekommen. Irgendwas bekommen. Was? Ich muss die alle vernichten? Okay, das kann eine Weile dauern. Oh. Meine Güte, jetzt komm doch endlich her. Komm, 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 komm. Mann, du Dreckspenis! Ja... Das lassen wir auch. Oh Mann... Ach ja. Warte, wo wir da schön Blades per Throw. So, na gut, dann lassen wir das mal und gehen mal ins nächste Level. Ja, Scheit. Double Relaxing, also ein sogenanntes Relaxception. Wow. Das ist fies. Die sind ja tot. Die geben ja die. Diese folks never saw the Calamity coming, but someone did. Someone close. Someone who ain't like Mr. Beckley and his kindly wife. It was someone like him. Das ist er. Das ist er. Oh, ja. Das ist er. Hey, dicker. Sie sahen nie, was es so wie vor den Wäldern. Nor did the bird boy. Sie haben es nicht. Die Jawsons. Sie haben es nicht. Oh, ist das fies. Grady Senior. Grady Junior. Sie haben es nicht. Aber ihn. Er hat überlebt. Aber da unten ist der Sichel oder so. Der Kind findet genug, dass dieser Mann nicht von hierher. Pura Sigel in Singapore. Hm. Na ja, guck mal. Hm. Upgrade. So. Schauen wir nochmal hier hinten. Hier ging es ja auch lang. Also, fast. Na gut. Oh, hier. Oh, hier. Oh, hier. Oh, hier. Was sagst du zu einem Mann, der zu viel gesehen hat? Der Kind hat keine Ahnung, aber er sagt das. Wir müssen gehen. Bitte. Aha. Wir haben einen Überlebenden gefunden. Yay! Oh. Die Eure, folks like him ain't ever been a common sight in Ceylandia. He is relieved to see a living face or two. The kid and I introduce ourselves in kind. Both to him, and to each other, for the first time. He was born in the Tazzle Terminals. The Eure sent him on a mission to peace to our city. And he's lived here ever since. And we have no more information about that. Zulf offers help me plot the skyways for the kid. At least the calamity hasn't touched the stars, he says. We all lost loved ones in the calamity, he says. I don't know how I'm gonna go on without mine. For Zulf, Ceylandia was like his second home. He's real worried about his first home too. Far to the east. We fought the Eure decades ago, but that was then. Things are different between us now. Hm. Weep. Okay, I'm still going to level three. I'm still not. Well. We still have no idea. Well, we haven't. Well, well. The kid is not finished here yet. That's right. Ich weiß nicht, was wir hier haben. Last and Founder Memorial. Plans for a facility that holds and restores a variety of valuables. Just need a place to build it. The calamity tore the old world to pieces, yet even the smallest fragments can be restored in the bastion of time. Plans for a structure that chronicles past and future efforts. Just need a place to build a necessary testament to the calamity. By paying tribute to the past, one may better prepare for the future. The one who was lost and found. The one who was lost and found. Here a kid takes fragments of the old world and makes them whole again. Okay, that's cool. Now we have an Item Shop. Upgrade for a hammer. Hmm. All it takes is some fragments and the bastion makes it good as new. So, then... ...schauen wir mal. Kann ich beides nehmen? ... Ne. Ah, stimmt. Wir fehlen... Ah, okay. Mir fehlt das Geld oder die Währung, was auch immer das da ist. Die komischen Spirit-Dingsies. Na gut, na gut, na gut. Dann, ja, machen wir hier nochmal Feierabend, Leute. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tappen. Selbstverständlich alles Gute. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Episode wieder ein. Mein Name ist Taladir und bis zum nächsten Mal. Tschüss!